Ok, der legendäre Super-Aya-Gin. Ja, das ist Standard, was da steht. Da habe ich jetzt nichts geändert. Nur den Gegner halt angepasst. Also Charaktere gewählt und dann Effekte eingestellt mir nicht. Dass er nur um die Schwierigkeit geht. Dann nehme ich gleich Giga-Chat Broly. Mhm, Broly macht den jetzt fertig. Ja. Sehr wahrscheinlich. Dann passt der Titel. Ja. Kakarot. Äh, erinnert mich an Traiden Boss. Du bist schon immer. Wenn ich den... ...Rolli sehe. Entschuldigt sich auch noch. Tut mir leid, ich bin nicht Kegraut. Ich bin Tadeus. Ich bin Kegraut. Ich bin Kegraut. Ich bin Kegraut. Wichtig. Glück. Ja, dann muss man das Timing lernen. Ich bin halt immer so online gewohnt. Da gibt es dann halt aber auch Kämpfe, wo du halt, wenn du einmal getroffen wirst, halt schon stirbst. Wieso ist denn der 2P auf einmal? Warum nicht? Wenn du im Wasser auflässt, dann läst du viel langsamer auf. Oh no, fast. Ah, seine Boots sind weg. Wenn er sich voll auffleckt, sind sie weg. Hey, ich hoffe, es geht zurück in, du Brenner. Ja, alle 60 Sekunden 20%. Und wir haben geaktiviert alle 60 Sekunden. Ja, diese Fähigkeit, die ich nicht mehr treffen kann. Was hat er da wohl nicht mehr auf? Er hat... Stopp. Oh, Mann, Gott. Oh, Mann, Gott. Rutschkirb. Jetzt auf einmal mehr Aktivitätfähigkeit. Das ist auch davon nicht wahr sein. Oh, oh. Egal. Egal. Ulti-Spam. Deshalb habt ihr auch Requisite gehen, irgendwie. Und tschüss. Guck weg, Gettel. Was sind denn eigentlich seine Buffs denn? Wieso sind die eigentlich weg? Er hat sich voll aufgeladen. Ja, und? Wieso sollten die dann weg sein? Ja, tschüss, ihr, sorry? De Senin? Bis zum nächsten Mal.